Ich habe Millionen von Zivilisationen wegen ihres Wissens assimiliert. Planeten wie Krypton. Eine fortschrittliche Gesellschaft, reich an Daten. Sobald die Proben entnommen werden, sind die Überreste natürlich unbrauchbar. Sie sind entbehrlich. Und auch der Planet Erde, eine primitive kleine Kugel, wird diesem Schicksal nicht entrinnen. Die Erde wird nicht auf sich mir zu widersetzen. Helden wie Schurken stellen sich mir in den Weg. Ihre Verteidiger schlagen meine Lakaien und überwältigen meine Verbündeten. Nicht, dass es viel nützen würde. Aber das hat nun ein Ende. Denn jetzt werde ich mir dafür ihre tödlichste Technologie aneignen und gegen sie einsetzen. Denn keine Technologie kann Brainiac widerstehen.